Hallo und herzlich willkommen zu meinem Geburtstags-Special. Ja, meine Damen und Herren, im Vordergrund seht ihr ein bisschen was voraufgenommenes Videomaterial. Und ja, wie soll man das sagen, es ist jetzt ungefähr ein gutes Jahr her, dass ich Geburtstag hatte. Nein, Entschuldigung, es ist jetzt anderthalb, ein Quartal, irgendwie sowas ist es jetzt her. Das ist Rupees 72, geht wieder rasend auf die 700 Abonnenten zu. Ich bin voll happy, meine Damen und Herren. Und ja, ich werde 17 und nicht reifer. Aber ja, ihr seht im Vordergrund das kleine Spiel Mini-Metro. Mini-Metro ist ein Spiel, wo man durch Ziehen und Loslassen, wie man das da gerade sieht, Linien herstellen muss. Das Spiel ist irgendwie von 20 Minuten auf 8 Minuten runterskaliert worden. Wir haben jetzt einfach jetzt, wir haben nicht genug Zeit. Ja, jede Woche kriegt man ein neues Fahrzeug oder darf sich irgendwas aussuchen. Oh, ein paar Bildfehler. Eieiei, jetzt haben wir da war. Ja, und man muss dann weiterbauen. So, es könnte sein, dass mal kurzzeitig solche Lücken dazwischen sind. Ich habe so aus Spantan einfach mal Alt-F10 gedrückt und geguckt, ob er es aufgenommen hat und habe das jetzt einfach dafür verwendet. Yay. Wo man Linien ziehen muss und zum Beispiel sieht man, wenn ich jetzt wieder draufgehe, wo soll man sagen, es gibt ja die Symbole mit dem Weißen in der Mitte und es gibt die über den Symbolen, die Ausgefüllten. Das heißt, die Ausgefüllten wollen immer zu den gleichen Nicht-Ausgefüllten. Das heißt, von ganz oben links, von diesem Fünfeck, wenn da ein Quadrat entsteht, will das zum nächsten Quadrat, was es gibt, wie Passagiere, die irgendwo hinwollen. Und damit muss man diese Linien ziehen. Ja, und das wird irgendwann ganz hektisch. Das eskaliert jetzt auch langsam. Und man sieht, das Bild fädet ganz langsam raus. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Aufnahme sieht. Ja, doch, ganz langsam. Und das Bild wird immer größer und deswegen wird es auch immer komplizierter. Zum Beispiel entsteht da gerade ein neues Rechteck und da muss man dann hin. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu kommentieren, weil das ist was ganz Neues für mich. Das habe ich noch nie gemacht. Ein Kommentar über etwas, was ich nicht live kommentiert habe. Es gibt noch einen Podcast bei mir auf dem Channel. Das ist aber schon irgendwie ein halbes Jahr alt, das Video. Das lasse ich morgen auch mal raus. Mal gucken, wie das so ankommt. Also am 3.10. Ich habe am 3.10. Geburtstag. Tag der Deutschen Einheit. Yay, Einheitskind. Ich schenke euch Frieden. Entschuldigung. Ich wünsche euch Frieden für Deutschland. Ja, Resümee vom Kanal. Leute, ihr seid geil. Über 200 Folgen Omsi. Über 100.000 Klicks oder so. Es ist 700 Abonnenten. Leute, ich mache auf jeden Fall weiter. Sagt mir, was ihr haben wollt. Ich werde nicht alles schaffen, aber ich werde die meisten zumindest mal kurzzeitig drüber nachdenken. Ne, ernsthaft. Ich denke wirklich über jedes Let's Play nach, was ihr mir sendet. Es gibt manche, die lohnen sich einfach noch nicht. Zum Beispiel gebe ich für ein neues Sims keine 80 Euro aus. Nein. Nein. Da warte ich zwei Monate, bis es das für 50 Euro irgendwo gibt. Das ist ein besserer Deal, als wenn ich es jetzt direkt spielen muss. Ich crack es mir irgendwo. Nein, natürlich nicht. Ja, meine Damen und Herren. Ich feiere es einfach nur so, dass es trotzdem was geworden ist mit dem Let's Play. Damals hat nie einer an mich geglaubt. In der Schule weiß es eigentlich noch fast keiner. Ein paar Leute sind irgendwie drauf gekommen. Ich habe keine Ahnung wie. Hintergrund versuche ich gerade, dass die Bahn nicht durch diese Station fährt. Aber ja, ich habe versucht, es relativ diskret zu halten. Und ja, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ich habe gerade jetzt auch vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Ja. Genau, damals hat keiner an mich geglaubt. Und alle, denen ich es gesagt habe, zum Beispiel Robin oder auch Timo und Lukas, wenn ihr das guckt, fühlt euch angesprochen, haben damals gesagt, nee, schaffst du eh nicht. Und jetzt auf einmal kam ich dann an 700 Abonnenten. Was? Ja. Ist halt so. Ich weiß auch nicht, wie das was geworden ist. Oh Gott. Langsam wird dieses ganze Ding ein bisschen panisch. Habe ich so das Gefühl. Entschuldigung, mir ist gerade was hingefallen. Ich meine hier, das Spiel wird jetzt langsam immer hektischer. Wie man sieht, es werden immer mehr Punkte. Ah ja, genau. Und ich habe es dann Tatsache geschafft, jetzt einigermaßen auch was auf YouTube zu erreichen, wo mir ein paar Leute zuhören. Und ja, ist schon ein tolles Gefühl, wenn man hier sitzt und weiß, in den nächsten paar Stunden werden auf dieses Video ein paar hundert Leute klicken. Also ein ganzer Kinosaal voll. Und gucken sich das dann an und bilden sich seine Meinung dazu. Und ja, es ist schon toll, muss man sagen. Also ich empfehle das jedem, wer Bock drauf hat, versucht es einfach mal. Es macht auch einen Höllenspaß, sonst würde ich gar nicht mehr so viel spielen, wenn ich kein Let's Play machen würde. Das ist einfach, also es ist aber auch enorm, was Let's Plays für Zeit zieht. Also ich sitze hier wirklich am Tag eine Stunde für die Aufnahme und dann noch zwei Stunden fürs Rendern und alles hochladen vorbereiten. Also man ist wirklich beschäftigt damit. Und ich finde es einfach nur amazing, wie manche Menschen davon auch noch leben können, ohne wirklich arbeiten zu gehen. Ich gehe ja nebenbei arbeiten, aber YouTube als Vollzeit könnte ich mir momentan echt nicht vorstellen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie die das schaffen, was für ein Aufwand das sein muss, was so ein Gronkh alles an Zeit da reinstecken muss. Der hat doch auch kein Sozialleben mehr. Ist jetzt nicht so, dass Gronkh schlecht ist. Aber wie zur Bitte macht er sein Zeitmanagement? Probiert es einfach mal aus. Versucht mal zwei Videos am Tag auf YouTube hochzuladen, die gerendert sind, aufgenommen sind, gerendert sind, einigermaßen Qualität haben und dann auch noch pünktlich kommentiert. Das ist nicht lustig. Ja, aber trotzdem empfehle ich es jedem mal zumindest zu versuchen. Das ist ganz witzig. Und ich wiederhole einfach nochmal aus dem letzten Jahr meine Parode für den Kanal. Schreibt mir, was ihr wollt. Ich versuche es zumindest. In der nächsten Zeit, als kleine Info, werden ein paar weniger Videos kommen, weil ich erstens wieder arbeiten gehe in den Ferien und wir im Urlaub sind. Da muss ich noch vorbereiten und voraufnehmen, dass ihr auch eure regelmäßigen Videos kriegt. Ich peile momentan noch auf ein Video am Tag an. Vielleicht schaffe ich es mit zwei Daumen. Ich habe aber sehr viel über die Nacht hochladen. Muss ich mal gucken, ob ich das soweit schaffe und wie ich das dann mache. So, das Video müsste jetzt gleich auch schon irgendwann zu Ende sein. Ja, genau. Dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verliere hier jetzt gleich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschö.